hallo hier ist der guzo wieder und ich möchte heute mal ein bisschen auf meine base eingehen ich hatte ja zuvor richtig kassiert also wirklich richtig hart kassiert und nur eigentlich ja klar ein paar mal habe ich pokis geschenkt bekommen hier eine ganze weile hintereinander wo ich dachte okay aber hier nur übel kassiert richtig krass auch von low gegnern also wirklich richtig richtig reingeschissen sorry sagt man nicht so und jetzt habe ich mir gedacht okay komm irgendwie musst du irgendwas raushauen was ja was dir halt ein schild gibt logischerweise klar irgendwo aber auch noch ja ich weiß nicht also pokis nicht klar weil das rathaus geht davon definitiv dauern aber ich dachte mir halt irgendwie irgendwas musst du doch reißen dass ja dass die halt eine gewisse anzahl an truppen setzen ganz klare sache also sprich ich muss ja über meine 30 prozent da kommen und dass sie dich halt nicht so vom vom rathaus total schnell kriegen können so einmal eine blaue eine blaue natürlich wir nehmen einfach mal eine blaue ja also ich meine wer nimmt schon eine achtermauer nein wir nehmen eine blaue aber mir ist hier noch aufgefallen ich werde das höchstwahrscheinlich noch mal ein bisschen abändern müssen weil ich die hier offen habe ich will die aber nicht offen haben ich will die doch schon doppelt haben das sollen die ruhig sehen weil ich sag mal geschenkt kriegen tun sie eh nichts das weiß jeder ganz ehrlich ich meine wer schenken wer verschenken im bereich kristall 1 irgendwas ich würde natürlich gern mein rathaus verschenken kein thema aber geht ja leider nicht mehr So haben wir das Jetzt habe ich gleich um zwei versetzt da kann das sein Na gucken wir mal wird uns jetzt definitiv nicht wirklich stören so die tesla ist da Dann kann ich da eventuell noch ein bisschen besser Alles handeln wenn ich hier jetzt noch mal eine reihe vorsitzen würde Ich gehe mal in den dorf bearbeitungsmodus und sage layout anpassen Entfernen entfernen jetzt muss ich natürlich gucken Ah genau mir fällt gerade ein dass ich das ja im kopf behalten muss dass ich die bomben hier wenn ich hier die bomben einzeln habe Dass das nicht passt weil ich dann in dem bereich angreifbar bin So das heißt also da wird schon mal nichts draus Dann müssen wir doch wieder dahin ziehen und hier ist es auch schon zu viel Ah wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Ich könnte es Ich könnte es so machen ich meine es würde natürlich jetzt noch mehr ja doch aber darauf läuft das hier läuft das hinaus Darauf läuft das hinaus dass ich jetzt sage hier Irgendwie was lang Achtermauer reicht auch denke ich ist nicht das problem So dann habe ich hier jetzt keine angriffs chance hier nicht so hier könnte er was droppen Das darf natürlich nicht sein Packen wir den mal hin weil wie gesagt ich wollte euch einfach irgendwie dabei haben weil Dann kann man das halt einfach irgendwie ein bisschen denn dann seht ihr das gleich irgendwo So und wenn ich es dichter wenn ich jetzt die mauer noch weiter rausnehmen würde müsste ich hier noch was hinstellen Habe ich auch keinen bock drauf obwohl ich könnte natürlich noch eine mine hinstellen Nö mache ich nicht ich hau hier genau dann haue ich Hier richtig schön die bomben rein Und ich meine klar logischerweise Ist er darauf gefasst der gegner Ich sag mal wer denn hier nicht damit rechnet dass irgendwie tesla mäßig was am start ist Der ist glaube ich in dem spiel falsch Klar Das sollte soweit Logisch sein so Da haben wir die jetzt nämlich noch mal Doppelt geschützt klar könnte er jetzt hier earthquake nehmen oder er könnte halt sagen gut okay komm ich nehme hier einen jump Gehe da einfach rüber sie sagt relativ viele fallen sind schon hier am start wir dürfen nicht Vergessen wir haben die expos komplett auf boden beide das heißt also range mäßig richtig gut dabei Und dann würde ich fast noch sagen kleinen moment ich packe den noch dahin ja ich finde das geil wenn ihr dabei seid das finde ich cool So haben wir das Dunkles einmal rundherum ist natürlich nicht so wie beim letzten mal dass ich wirklich sagen konnte gut okay da kann gar keiner mehr ran Das ist definitiv nicht so das jetzt hoffe ich einfach dass ich wirklich auf die abzielen kann die halt wirklich nur ans rathaus wollen Und mehr nicht weil hier habe ich doppelt Ich guck mal dass ich eventuell noch ein bisschen Habe es dann bin ich da wieder doppelt dran Und diese schön egal in dem moment ich habe eh nicht viel lx und nicht viel gold am start deswegen wird man mich nie angreifen So und jetzt noch eine Mauer Hier könnte einer kommen aber ja da wirklich auch gut hier ist gut verteidigt so ist es nicht Ich habe das einfach mal mit dem doppelten pack probiert weil wenn jetzt einer sagt gut okay komm Wir haben hier drachen zum beispiel dass ich halt wirklich doppelt weg fähigen kann bin ich mal gespannt wie das läuft das wird mich mal richtig interessieren Und da bin ich echt gespannt drauf so dann haue ich die hier einfach hier rein Zack Zack und dann kommt die mauer da rein Dann fällt das nicht weiter auf Und dann passt das so jetzt gucke ich mal ob ich das zeug hier so ein bisschen Verkleinbar schade hier zu 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 weit Herangebaut an die grenze aber passt schon Ey da hat man schon ein größeres spielfeld und nichts ist oder nichts ist So jetzt gucken wir Erst mal auf speichern klar logisch weil wenn ich jetzt sagen würde alles löschen das wäre nicht so gut So und jetzt gehen wir noch mal auf layout anpassen ich sag alles löschen Und dann haben wir hier 145 10er mauern 9 immerhin schon auf 9 Und der rest auf 8 also von daher geht das hier echt richtig gut los jetzt gucken wir noch mal ob hier noch einer was hat die base ist so geil gucken wir mal was tut hier Ich meine er hat richtig gut loot Da bin ich jetzt mal richtig nice fit gespannt Das sind zwei golems oder weil das ist das wäre ein bisschen sehr heavy hier von Von wegen was die hier aushalten Ja ja genau genau so Er hat sich einfach mal angesetzt und Expo gefrostet naja ok herzlichen dank würde ich jetzt nicht unbedingt machen aber ok Jetzt ja nice 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 Und jetzt hat dann kein ja jetzt hat er natürlich nichts mehr und jetzt gehen Oh übel hat's die richtig zerfetzt Also einfach die kombi wirklich okay riesenbombe und dann noch mal eine kleine weil wisst ihr selber eine kleine bombe selber bringt null Also wirklich null aber in kombination halt aber wirklich da Ja da war der gegner auch nicht der aller hellste Also da hast du auch glück gehabt mit dem gegner das hätte genauso einer kommen können der dich richtig zerborsten zerbersten hätte lassen wie auch immer würde ich so sagen so jetzt haben wir hier Wir wollen ja noch mal einen queen walk wollen wir ja auch noch mal machen Aber gucken wir mal was wir hier noch hier boten kriegen Genau hier habe ich halt eben wieder gepostet was den habt ihr dann schon gesehen höchstwahrscheinlich Nice truppen gucken wir mal Naja von allem etwas war So gut wie also hier weil küre fehlt noch Und golem hat da nicht dabei aber Das kann da nichts werden Das kann nichts werden und dann sogar noch so eine base angreifen also ich sag dir bleibt unter 30 prozent Finde ich ja geil Finde ich ja richtig geil Der der wird richtig hammerhart verkacken aber so richtig Hat der nicht hier gerade noch ein freeze gedroppt Alter er hat ja richtig meine laune nach oben gebracht ich meine meine laune war oben so ist es jetzt nun mal nicht aber ich meine er hat mich ja richtig erheitert Naja okay hier kriegt er ein bisschen was am gold klar Aber wie kann man das machen alter Da muss man ja schon sagen krass Der mensch hat schmerzen Ja Pekka hat dagegen absolut null chance also auch auch gegen einiges an bogies hat die Pekka einfach keine chance Die sieht da gar keinen stich und das war's und jetzt hat er jetzt kommt zu aller zu aller freude haut da jetzt noch den gift drauf oder Komm jetzt 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 will er noch sehen hier was mit dem gift ist oder Ne ja okay ist einfach nur zack ende gewesen Aber naja okay er hat 39 er hat 39 prozent geschafft juhu Aber klar also das ist natürlich hat den frost rausgehauen ja ja und was er an den truppen rausgehauen hat geht gar nicht Richtig richtig edel Der hat ja mal richtig auf tisch gehabt Tod haut angriff raus auf paul lee Genau erstmal alles rausholen und dann schauen wir mal genau einfach mal ein gift drauf und dann läuft das Wie gesagt gift auf drei ist richtig richtig cool also Alle die noch ihn noch nicht auf auf zwei zum beispiel haben da ist er auch schon ganz nice Lohnt sich richtig Und hier sieht man halt eben auch wieder tot wollte eben wirklich hat gesagt gut okay kommen von einer seite und nicht hier irgendwie eskalation Ich würde von da gerne und ach naja eigentlich von da auch ein bisschen nein wenn man weiß wo man reingeht dann passt das Jetzt kommen wieder ordentlich mails Zack Einwandfrei durchmarschiert richtig schön da gibt noch definitiv noch einiges weil Ja gut gemacht wenn er jetzt nämlich aber ich glaube ein eine genau eine traube Geht definitiv noch down naja ne der der minenwerfer wird sind auch alle killen ja Ärgerlich weil nämlich sonst hätte ich gesagt können die bogies ja auch noch oben richtig was reißen Ja hast dich dafür entschieden okay dass du halt gesagt hast gut okay komm rathaus muss down gehen Und dann passt das ansonsten hättest du nämlich oben rein knallen können wären die außen rumgelaufen Aber klar die wären auch irgendwann down gewesen ganz klare geschichte Und dann suche ich euch was raus wenn ich was gefunden haben melde ich mich Ja hier das ist echt geschenkt das ist einfach nur geschenkt und das nehme ich mit Da sage ich mir gut okay komm die pokies brauche ich nicht passt Er hat hier die queen das ist das was wo ich wirklich definitiv darauf achten muss Aber ansonsten passt das ganz easy hier Vier heiler gedroppt Habe ich queen ist noch nicht Im angriffsmodus sage ich mal Jetzt ist sie das aber King noch kurz reingeballert Und Dann Sollte das sogar schon reichen Dann gucke ich gleich dass ich den king rage Und jetzt sollte sich die queen gleich ums de kümmern Hier gucken wir mal ob wir hier noch Zwei drei heilerchen genau hier De für alle Und am meisten natürlich für mich selbst klar Klappt Einwandfrei Jetzt gucken wir einfach was wir noch kriegen Also ganz ehrlich dann Schauen wir Zumal ich danach eh erstmal den rechner Beziehungsweise ja coc ausmachen werde Kann ich dann natürlich sagen gut okay Aber ich meine der rest ist halt auch nichts Der rest wäre halt Ach komm wollen wir noch aufs townhall gehen Gehen wir noch aufs townhall Ganz ehrlich Können wir doch machen hier Da sind wir dabei Das ist prima Die queen Rennt gleich mitten rein Ja also mit singen ist nicht so meins Aber Ja Ist halt das geile an so einem youtube channel Weil ich kann machen was ich will So jetzt muss ich aber gucken hier Weil da kann ich natürlich nicht machen was ich will Sonst sind die heiler nämlich down Ganz klare geschichte Ja passt Sollte gut laufen Und jetzt sollte die gleich reinlaufen Ganz genau Rage denke ich brauche ich noch nicht Müsste passen Beide expos Ach den nächsten heiler brauche ich auch nicht Das passt ja genau Und jetzt ganz easy townhall weg Ja wie gesagt ich habe mich eigentlich damit abgefunden Dass ich nur das dunkle ziehe Aber Das Machen wir dann hier nicht Er ist official Down Einmal frei Passt Nochmal 2k mitgenommen Truppentechnisch Wie war das jetzt gucke ich nochmal kurz rein Ja relativ viele heiler Weil ich halt den king noch Ja Halten wollte Eine gewisse zeit lang Aber Das ist in ordnung Damit kann ich leben Das soll es gewesen sein Ich hoffe es hat euch wieder gefallen War jetzt wieder eine etwas längere folge Und wie gesagt jetzt Ich werde dann in den nächsten folgen halt Also beziehungsweise irgendwie mal in den nächsten tagen Wochen wie auch immer Werde ich berichten Was die base halt sagt Und dann dürft ihr die natürlich gerne Also wie gesagt Gerne gerne dürft ihr die natürlich selber testen Klar also Kein Thema Die ist freigegeben für euch Dürft ihr gerne tun Ich wünsche euch was Und ihr haut rein Ciao ciao